Servus, liebe Freunde der gepflegten Waffen-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Dev-Blog-Update. Ja, seit einigen Tagen laufen ja die Dev-Blogs für Update 1.9.5, das wir noch vor Weihnachten sehen werden schon. Da gab es ja schon diverse Sachen. Ja, eine neue Karte für die Naval Forces, zwei neue Schiffe, ein deutsches, ein britisches, drei Flugzeuge in dem Schwedenbaum. Ja, das war ja sowieso schon angekündigt, dass die schwedische Luftwaffe jetzt mit 1.9.5 kommt. Aber jetzt ging es dann auch endlich mit Fahrzeugen los. Und da seht ihr hier auch schon im Hintergrund den Roy-Cut, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, 76 Mark 1 D, ein leichter Panzer, den die Briten auf Rang 6 bekommen werden. Allerdings ist es kein klassisches britisches Fahrzeug, also kein Fahrzeug aus britischer Produktion, sondern ein Fahrzeug der südafrikanischen Streitkräfte. Und wer sich jetzt fragt, warum landet ein südafrikanisches Fahrzeug im britischen Baum? Ganz einfach, ich will jetzt hier auch keinen geschichtlichen Exkurs machen, aber Südafrika war ja auch mal eine ganze Zeit lang Teil des britischen Commonwealth. Da sind sie schon seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr drin, da sind sie schon ein souveräner Staat. Aber ich nehme an, dass Gaijin deswegen diesen Panzer in den britischen Baum gepackt hat. Auf Rang 6 wird erlanden, hat eine 76,2 Millimeter, Zitat, Schnellfeuerkanone. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich nehme einfach mal an, dass der Reload dann einfach ziemlich gering sein wird. Wir dürfen gespannt sein. Er bekommt auf jeden Fall keine Ladeautomatik. Das steht im Dev-Blog drin, wer das nachlesen möchte, unten in der Videobeschreibung steht der Text. Er wird der schnellste, nicht schnellste Panzer, aber das schnellste Fahrzeug werden, das wir im Spiel haben. Bis zu 120 Stundenkilometer auf der Straße, das ist mal ordentlich. Er wird Unterkaliber-Munition bekommen und da glaube ich, wissen wir alle, das wird definitiv eine APFSDS werden. Auf Rang 6, gar keine Frage. Wenn ich jetzt raten müsste, welches BR er bekommt, das ist ja bei Rang 6 bei den Briten ein bisschen schwierig. Da ist ja alles von 7,7 bis 9,7 hoch. Jetzt lassen wir mal 7,7 weg, also von 8,7 bis 9,7 hoch. Da der Panzer hier, beziehungsweise dieser Radpanzer so ein bisschen, ja, eben am schnellsten ist, was heißt so ein bisschen, er ist am schnellsten, eben diese wohl Schnellfeuerkanone hat, was auch immer das heißt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass der Panzer irgendwo, je nachdem wie viel Durchschlag dann auch die Munition bekommt, irgendwo zwischen 8,7 und 9,7 landen wird. Aber das ist nur eine Vermutung, wir werden es auf dem Dev-Server dann sehen, wenn der dann aufmacht. Ich denke, das wird in den nächsten, ja, 8 bis 14 Tagen der Fall sein. Schauen wir mal, wobei es tatsächlich auch schon sein kann, nein, 14 Tagen ist der 18. Dezember und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir letztes Jahr am 18. Dezember das Update gesehen. Also würde ich vielleicht sogar mal behaupten, nee, so in den nächsten, ja, vielleicht so in den nächsten 7 bis 10 Tagen geht, oder im Laufe der nächsten 7 bis 10 Tage geht, der Dev-Server auf. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde den Roycard 76 Mark 1D ziemlich cool. Er sieht ziemlich schnittig aus, hat natürlich wieder keine Panzerung. 30 Millimeter bekommt das Ding maximal an den dicksten Stellen. Das bedeutet natürlich auch, ja, dass, ja, auch, ja, ganz großkalibrige MGs werden da wahrscheinlich nicht durchkommen. Aber es wird euch alles andere, was auf euch schießt, durchschlagen. Wobei ich jetzt schon wieder weiß, dass, wenn man diesen Panzer mit APFSDS beschießt, da mehr Overpen wahrscheinlich generiert wird als alles andere. Deswegen vielleicht dann doch mal die ein oder andere HE bzw. HEATFS mitnehmen. Das sollte dann, glaube ich, ganz gut funktionieren. Was mir aufgefallen ist, als ich das Ding gesehen habe im Dev-Blog, dachte ich so, hä, der sieht doch einem anderen Panzer bzw. einem anderen Radpanzer recht ähnlich, und zwar dem deutschen Lux-Spehpanzer. Sie sehen zwar nicht komplett gleich aus, allerdings muss man ganz ehrlich sagen, sind diverse Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen. Also, wenn man sich, wenn man mal generell die Wanne bzw. das Fahrgestell dieser beiden Fahrzeuge miteinander vergleicht, dann kommt der Rollcard 76 Mark 1D da schon relativ dicht ran. Und wie man auch im Text des Dev-Blogs lesen kann, die südafrikanische Armee bzw. die südafrikanischen Ingenieure haben sich bei deutschen Ingenieuren ein bisschen was abgeguckt. Und ich glaube, dahingehend ist auch so ein bisschen, ja, sage ich mal, dieses Design, was auch der deutsche Lux-Spehpanzer hat. Das ist aber auch nur eine Vermutung, keine Ahnung, ob das stimmt. Und ich versuche hier nur ein bisschen, ja, meine Gedanken dazu kundzutun. Und ich denke aber, eine, ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Ich finde den Panzer, den Radpanzer ziemlich spannend. Bin mal sehr gespannt, wie lange ich dann brauche, um ihn dann, ja, erforscht zu haben, weil, ja, auf Rang 6 bei den Briten bin ich noch gar nicht mal so weit. Also die Briten und die Russen sind tatsächlich nach wie vor immer noch die Nationen bei mir, die ich am meisten vernachlässigt habe, was das Forschen angeht. Aber bei dem Fahrzeug bin ich ganz ehrlich und sage, ja, da wird sich, glaube ich, der Grind hin definitiv lohnen, weil sowas finde ich interessant und spannend. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie dieser Radpanzer dann auf Schnee beziehungsweise auch auf Wüstenkarten funktioniert, weil es ist ja mit den Radfahrzeugen in War Thunder immer auch so eine Sache, die sind ja nicht wirklich, was den Bodenwiderstand angeht, im Schnee beziehungsweise auch auf dem Sand ziemlich gut. Die verlieren ja relativ schnell an Geschwindigkeit, aber das wollen wir mal abwarten, mal sehen, wie dieses Fahrzeug das hier macht mit 567 PS. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr geht, aber warten wir es einfach mal ab. Ich finde ihn sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ich werde ihn mir auf dem DevBlog definitiv auch anschauen und ja, dann schauen wir einfach mal, wie das Ding dann auch auf dem Live-Server wird. Lasst mir gerne auch eure Gedanken zu dem Fahrzeug unten, da interessiert mich mal, interessiert es euch, interessiert es euch nicht. Alleine schon der Fakt, dass die Briten mal das schnellste Fahrzeug bis dann zu diesem Zeitpunkt im Spiel haben werden, finde ich auch ziemlich spannend, weil das hätte ich auch nicht gedacht bei den ganzen, ja, eher doch recht klobigen Panzern, die die Briten haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das schon eine ganz coole Geschichte. Bin auf eure Meinung gespannt, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, gerne auch einfach ein Abo da lassen. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.